Das ist irgendwie schräg, aber auch irgendwie süß. Jetzt bin ich irgendwie beleidigt, irgendwie aber auch geschmeichelt. Ich hab deinen Job am Start. Der größte Schatz, der nie gefunden wurde. Oh, nicht im Ernst! Was ist mit der Katze? Die ist nur für dich. Was? Ich hatte das Gefühl, dein Leben ist super traurig. Nein, 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 das behalte ich nicht, das Ding.